Hallöchen, wir machen weiter mit Sekiro, wo wir in dem komischen Wald der Schatten stehen geblieben waren, der jetzt hoffentlich endlich mal der richtige Weg ist und nicht schon wieder der falsche, wie so oft. Das ist jetzt das Einzige, was so ein bisschen irreführend ist, die Wegführung, aber ansonsten habe ich relativ wenig zu meckern. Gottverdammter Tutan! Gottverdammter Scheiß! Tutan! Wo bist du, 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 Rex, Vieh? Geh mir aus den Augen. Ha! Damit hätte sich das mit dir erledigt, oder? Keramiksplitter. Weg. Da. Hör bloß auf. Weg. 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 Soddle. Also hier treffen wir meiste Zeit auf die Schatten. Habe ich das richtig verstanden? Die, äh, die tun uns auch soweit nichts, sondern... Sind doch einfach nur Schatten. Okay, weil der nächste Boss wieder so ein kopfloser Spacko ist, brauchen wir Beruhigungsmittel und Konfetti. Beruhigungsmittel und Konfetti. Das ist ja noch nicht so. Ich muss mich das doch mal direkt verletzen. Okay. Ich muss mich das doch mal direkt verletzen. Okay. Das ist doch mal direkt. ja du bist echt ein verdammt harter gegner okay aber wir haben ja auch noch nicht gegen ihn gekämpft das könnte man vielleicht fairerweise dazu sagen wir haben ja noch nie gegen ihn aus den augen fröhungsmittel schon mal vorher nein hör auf mir das rückgrat raus zu reizen gottverdammter scheißkerl ok ja folgendes schlachtfeld verwalter oder so ähnlich ist sie cool die bessere frage ist können wir dem schwachkopf irgendwie ausweichen also wirklich effektiv ausweichen oder sollte ich mich lieber auf den kopf hier in schild verlassen klar hier ist mir auch auf den weg die veräubungsmittel nein so schnell kann ich dem noch gar nicht ausweichen mein freundel kompetti Nein! Okay, wo kriegen wir göttliches Konfetti her? Das ist doch. Das ist doch. So, lass mich mal kurz gucken, wo wir göttlichen... Sekiro, göttliches Konfetti-Fahrer, Mann. Da haben wir es. Äh, göttliches Konfetti. Äh, Kügelchen... Äh, nehm. Äh, wir müssen in die Aschina-Burg. Zwei in die richtige Burg. Oh, Junge. Äh, ich bin begeistert. Sowas von begeistert davon. Also im Ernst. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ach. Weil... Das Zeug kriegt man halt nicht einfach so. Wir brauchen auf jeden Fall einen Eigentumsballon. Und wir müssen schnell sein. Weil ansonsten... Der Ballon nicht als langer hält und wir... Diese... Scheiße... Nicht bekommen. Geh mir aus den Augen. Klar. Okay. Weg. Okay, hier haben wir Kügelchen. Wieso droppte niemand das Gottverdammte Konfetti? Wieso droppte niemand das Gottverdammte Konfetti? Denn das brauchen wir jetzt auf jeden Fall wieder. Und... Wieso droppt das hier niemand? Wieso halten das hier doch Troppen? Ach. Spiel, bitte. Das ist vielleicht das Einzige, was ich... Nicht so gelungen finde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Könnt doch nicht einfach solche Bossgegner machen. Und dann aber nirgendwo die Möglichkeit geben, an das spezifische Item, was man dafür braucht, zu kommen. Nee. Nee, nee. Guck, komm, ausguck. Eingang zur Maschine. Lass uns mich da versuchen. Da waren doch viele, oder? Ja, ich weiß. Das Konfetti ist halt rar. Ich seh jetzt einen. Kameradele. Jo, mein Boy, kann man dich nacken, ja? Sick. Sick. weg ja los los power dich aus weg geh mir aus den augen ja leute 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 könnt ihr euch gar nicht vorstellen oder auch könnt ihr weil ihr das hier seht auch raste wenn wir nicht nur so eine begrenzte anzahl an diesen eigentumsballons hätten wäre die sache deutlich die 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 !" Da nicht sie nicht werde ich in der kann ja nicht sein dass ich hier rumdümpeln muss ohne dass wir es finden naja das ist der falsche ich wollte nicht hier hin wir hatten noch was anderes lass mich mal gucken china brug nein burgturm ausgucken als grabtalsperre das grab vielleicht so ein tomsballon Stimmt. Oh. Ey, du. Ratzlöffel. Nein! Du Haufen Scheiße! Okay. Okay. Einmal noch hier. Wir versuchen es einmal. Ja? Okay. Okay. Also her damit. Eigentumsballönchen. Weck. Oh. Was geht hier? Gehen wir aus den Augen. Back mit dir. So, leh. Kann man das öffnen? Ja, natürlich lässt sich das von dieser Seite aus nicht öffnen. Warum auch sonst? Nee! Wieso finde ich denn jetzt nicht mehr die richtige Stelle? Das ist doch Käse. Okay. 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 Jetzt gib mir endlich das Konfekt, damit ich glücklich bin. Okay. Nooo Nooo So, okay. Frage mal zu behaupten, ob es das für heute war. Ich werde mich ein bisschen belesen, damit wir beim nächsten Mal einen perfekten Ort haben, um den Scheiß zu grinden. Weil hier überall ist das definitiv nicht der richtige Ort. Sorry, aber nee. Wir haben ihn nicht so wirklich. Wenn ich das Mob her dürfte. Dann liegt ja nicht an euch, dass wir den Scheiß hier nicht finden, oder? Nee, in der Tat nicht. Also, würde ich mal behaupten, wir gehen jetzt gucken, dass wir uns hier hinsetzen, rasten und bei der nächsten Folge zum Ort gehen, wo man die am besten grinden kann. Also, ich bedanke mich recht herzlich für alle, die trotzdem zugesehen haben. Haut rein, bis dann und ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020